Es fühlt sich gut, wieder hier zu sein. Ich fühle mich gut. Ich habe mich immer hier gut gefühlt. Immer noch. Und der erste Eindruck ist sehr, sehr positiv. Wenn sich Darmstadt geändert hat, das ist auf einmal viel schneller gegangen, weil ich wusste, was ich hier bekomme und was ich hier erwarte. Das ist genau, was ich wollte und ich freue mich auf jeden Fall, dass es so schnell geklappt hat. Es ist nicht immer einfach im Fußball. Dieses Mal war es einfach und ohne Probleme, deswegen bin ich sehr froh. Romain hat in der letzten Zeit in der ersten und zweiten Liga bewiesen, dass er Qualitätsspieler da ist, dass er ein gutes Niveau hat, dass er diese beiden Ligen kennt. Ich denke, dass er hier wenig Anlaufzeit haben wird und dass er dementsprechend auch von der ersten Sekunde seine Leistung abrufen kann. Das Trainerteam kenne ich schon und ich weiß ihre Philosophie, ich weiß, dass sie einen Erfolg wieder bringen können. Ich glaube sehr daran, dass wir diese Klasse halten werden und dass wir genug Qualität in der Mannschaft, um viel besser platziert zu sein am Ende der Saison. Ich hoffe auch, dass ich meinen Beitrag dazu bringen kann und diese Mannschaft, diese Vereine helfen können, die mir auch in meine Vergangenheit so viel gebracht haben.